Wird ein Ehegatte oder ein Kind enterbt? Hat der Ehegatte oder das Kind einen Pflichtteilsanspruch? Das wissen noch die meisten. Es ist insofern betrüblich für den Ehegatten oder für das Kind, weil der Pflichtteilsanspruch natürlich weniger ist, als der Erbteil gewesen wäre. Also hätte der Verstorbene kein Testament gemacht, wäre gesetzliche Erbfolge eingetreten. Jetzt hat er ein Testament gemacht und andere Leute eingesetzt als diese nahen Angehörigen, also andere Leute als den Ehegatten und oder das Kind. Damit hat das Kind einen Pflichtteilsanspruch und der Pflichtteilsanspruch ist die Hälfte dessen, was der gesetzliche Erbteil gewesen wäre. Also von der Quote her ist enterbt zu werden betrüblich. Von der Durchsetzung her ist der Pflichtteilsanspruch allerdings ein Traum. Man hat nämlich als Pflichtteilsberechtigter alle juristischen Trümpfe in der Hand. Man hat einen detaillierten Auskunftsanspruch, man hat einen Wertermittlungsanspruch, kann also ein Sachverständigengutachten verlangen über Immobilien oder auch sonstige Wertsachen. Und, und jetzt kommt's, der Pflichtteilsanspruch kann sofort mit Verzugszinsen belegt werden. Das bedeutet, ich kann als derjenige, der enterbt wurde und einen Pflichtteilsanspruch habe, sofort eine Zahlungsaufforderung rausschicken, also ein Mahnschreiben rausschicken an den Erben oder die Erbin und sagen, selbst wenn wir den Pflichtteil jetzt ziffermäßig noch gar nicht bestimmen können, weil wir noch Sachverständigengutachten brauchen, die monatelang dauern. Oder weil du mir sowieso erstmal mitteilen musst, was alles im Nachlassvermögen ist. Können ja zum Beispiel auch Unternehmensbeteiligungen sein, die erst bewertet werden müssen. Auslandsvermögen, Aktiendepots und so weiter. Das dauert alles Wochen und Monate. Trotzdem fordere ich dich, Erbe, jetzt schon zur Zahlung auf, dieses unbezifferten Pflichtteilsanspruchs. Und siehe da, der Bundesgerichtshof hat entschieden, und zwar sogar schon im Jahr 1981, dass auch ein unbezifferter Pflichtteilsanspruch sich verzinst. Das heißt, es laufen im Hintergrund immer schon Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz. Und es tickt also die Uhr, der Erbe muss später zähneknirschend nicht nur dem Pflichtteil überweisen, sondern auch die zwischenzeitlich über Wochen oder Monate, je nachdem wie lange es dauert, bis alles ermittelt ist, Verzugszinsen zahlen. Sie finden auf dem Grafpartner Jura Channel auch ein Video aus Sicht des Erben, also aus Sicht der umgekehrten Perspektive. Da verrate ich, wie man den Pflichtteilsanspruch, insbesondere diesen Zinsanspruch, den Verzugszinsanspruch einigermaßen eindämmt und sich also als Erbe dagegen verteidigt, den Schaden so gering wie möglich hält. Dieses andere Video ist gerade oben und auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also Fazit, es mag betrüblich sein, dass ich insgesamt weniger erhalte, als ich als Erbe erhalten hätte. Aber der Pflichtteilsanspruch ist juristisch ein extrem starker Anspruch. Und deshalb sage ich in meinem Live-Vortrag zum Thema Erbrecht und Testamentsgestaltung in der Regel zu den Teilnehmern auch Folgendes. Das Bild habe ich deswegen genommen, damit Sie es sich wirklich einprägen. Ärgern Sie mir nicht den Pflichtteilsberechtigten. Der hat extrem viele Folterwerkzeuge, mit denen er Ihnen das Leben zur Hölle machen kann, der Pflichtteilsberechtigte. In der Videobeschreibung finden Sie weiter etliche Links zu Blogbeiträgen und auch zu einem Musterschreiben oder sagen wir lieber Beispielschreiben, wie man einen Pflichtteilsanspruch gegenüber dem Erben geltend machen kann. Bis zum nächsten Mal.